Einen wunderschönen guten Abend in der Whisky-Truhe. Was habe ich heute für euch? Ja, heute ist was Neues gekommen. Ich wurde der Firma anempfohlen. Die haben sich bei mir gemeldet. Wir haben telefoniert, Björn und ich. Und ja, jetzt habe ich hier drei Flaschen stehen. Und über die wollen wir nun reden. Ich werde probieren und mal gucken, wie die Eindrücke sind. Ja, das ist zum einen, so jetzt muss ich im Alter, ein Dessertlikör und zwar die Herrencreme. Das ist mit Rum, das ist mit Schokolade, Vanille und Sahne. Hat 19 Prozent und muss wohl im Münsterland eine Spezialität sein. Steht für Geselligkeit, für gute Laune und andere positive Dinge. Und, okay, meine Katze ist gerade sehr aktiv. Und was mich hier ein bisschen amüsiert hat, ist so ein kleiner Satz, der hier steht. Und zwar, ihr könnt es hier nicht lesen, ihr könnt mir aber glauben, dass es hier steht. Enthält Milcherzeugnisse. Okay, da vorne steht was mit Sahne. Nachvollziehbar. Aufgrund dessen steht dann hier, die geöffnete Flasche sollte innerhalb von sechs Monaten verzehrt werden. Immer vorausgesetzt, es schmeckt. Wer glaubt denn, dass sowas ansatzweise in Richtung sechs Monate offen irgendwo rumsteht. So, jetzt probieren wir das mal aufzumachen. Ja, schöner Kunststoffkorken mit einem Holz obendrauf. Ich habe ein schönes Glas. Jawoll. Farblich, okay. Schöner Cremeton. Passt zu meinem Cabrio, da nennt man das Egrü. Na ja. Oh ja. Kennt ihr so diese Rumrosinen? Oh, schön. Das erinnert mich gerade ein bisschen da dran. Also Schokolade, Vanille. Mhm. Sahnische Konsistenz, schön und im Mund angenehm. Bappnit. Süffig. Nicht zu süß. Ich habe so ein bisschen Probleme bei manchen Likören, dass die zu süß sind. So Monschein und so Dinge. Äh, gewisser Hersteller. Äh, das ist definitiv nicht zu süß. Mh. Könnte ich mir mal auf dem Eis vorstellen. Also gleich ein bisschen Schuss Sahne drauf, Rosinchen rein. Wunderbar. Da könnte die Oma oder die Tante sich beim Kaffee grenzen, glaube ich, ziemlich einen hinter die Binde kippen mit. Oder auch wir. Ja. Oh, très lecker. Très bien. So, probieren wir mal das nächste. Das ist jetzt etwas, auf was ich mich gefreut habe. Ich wollte es erst als Nummer 3 machen, aber ich mache es als Nummer 2. Und zwar, Gebäcklikör. Nussecken. Ich bin ein absoluter Nussecken-Fan. Ja, ihr Heimat-Heroes. Das ist jetzt eine Herausforderung. Ob der das hingekriegt hat. Zumindest steht man hier drauf. Heute wird der beste Tag. Na klar. Ich glaube, wenn du so eine Flasche trinkst, halb Liter, 19 Prozent. Der Tag kann nur gut werden. Ja, Haselnuss, Aprikose, Schokolade. Hm, okay. Ja, die Nuss ist da. Die Haselnuss ist sofort da. Ja, ich habe einen kleinen Schluck. Ich habe es befürchtet. Ich habe es echt befürchtet. Es schmeckt mir. Na, zuerst ist die Haselnuss und jetzt hier so beim zweiten Schluck kommt so die Aprikose und so schön getragen von der Schokolade. Das ist so. Ja. Ist gut. Ist richtig gut. Ich muss ja noch eins dazu sagen. Das sind ja recht dezente Etiketten. Ich mag es. Ich finde es gut. Hier so ein leicht Blau-Weiß. Creme-Weiß mit Pflanzen hinten dran. Hier sieht man die Haselnuss. Das hier könnten... Das sind Blüten. Tja. Ich bin kein Botaniker. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie die Pflanzen zu Vanille oder Schokolade aussehen. Klärt mich auf. Vielleicht könnt ihr das sehen. Da. Und hier ist ganz klar Nüsschen. Gut. Und jetzt kommen wir zu Nummer drei. Ein für mich etwas problematisches Getränk. Eierlikör. Wobei ich jetzt mittlerweile ein bisschen positiver gestimmt bin. Ein mittlerweile befreundeter Kunde von mir bringt uns in unregelmäßigen Abständen selbstgemachte Liköre mit mit Rum, mit Whisky und verschiedenen anderen Dingen. Das ist eine schöne Kombination. Ab und zu ist man eine Zigarre fällig und... Das ist gut. Und das hier ist ein Eierlikör, der heißt... Eckbert. Kakao, Nuss, Vanille. Und das ist... Das ist Eckbert. Und Eckbert kommt in einer 500ml Flasche mit 20 Volumenprozent hin. Und ist glutenfrei, ist laktosefrei, also auch für die Allergiker. Und kleiner Hinweis steht hier drauf. Die Herstellung werden ausschließlich Eier der Güte Klasse A aus Bodenhaltung und echte Bourbon-Vanille verwendet. Finde ich gut. Vor dem Öffnen gut schütteln, ist klar. Die Eier wollen geschüttelt werden. Und vor Sonne Licht geschützt und kühllagern. Auch das und auch hier wieder der Hinweis innerhalb von sechs Monaten verzehren. Na ja, wenn es schmeckt. Alles gut, Lucy? Lucy? Mau? Lucy hat hier fünf Minuten. Na? Ja, wo ist denn? Was hat? Komm mal hoch. Guck mal hier. Sag mal Hallo. Hallo. Na, willst du mal riechen? Ne, ganz ist nett. Jetzt kommen wir nämlich zu Eckbert. Sie hatte ihr ein paar Sekunden Prominenz. Ich glaube auch, das wird auch entsprechende Konsistenz haben. Ich bin gespannt. Der Eierlikör, der hat ja so ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt, rustikales Klischee. So ein bisschen Oma Erna, ja, Tante Trude, Udo Lindenberg. Oh, das ist gut. Das ist nicht nur, das ist nicht so dieses Ei direkt so BÄM in die Fresse, nein. Hier ist Kakao, Nuss und Vanille drin. Und so, die Kakaonote im Ei, die Vanille, ich meine Vanille und Ei, das passt. Bisschen die Nuss, das ist lecker. Ähm, ja, es tut mir leid, aber es bleibt mir nichts anderes an dieser Stelle festzustellen, als dass ich diese Sachen, und zwar einmal diesen Gebäcklikör Nuss-Ecken, den Dessertlikör Herrencreme und den Eierlikör Eckbert. Ich mag den jetzt schon, allein schon wegen Eckbert. Den muss ich wohl oder übel für euch bestellen, damit er in meinem Laden zeitnah ist. Das heißt, irgendwann nächste Woche werde ich mal ein paar Flaschen da stehen haben. Und die offenen nehme ich mit in den Laden, könnt ihr probieren, ihr kennt das ja. Und, ja, da bin ich mal gespannt, wie da euer Meinung zu ist. Und, äh, ihr kennt das ja, ne, Like dalassen, abonnieren und so weiter, wenn das nicht schon getan haben. Ich brauche nur, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Follower. Ich nähere mich langsam nach 500, es wäre cool, wenn das so, mein innerer Monk, der würde sich sehr, sehr freuen. Ähm, ja, und wie ist eure Erfahrung? Kennt ihr vielleicht die Heimat Heroes oder kennt ihr ähnliche oder kennt ihr Liköre, Moonshines etc., die ich unbedingt mal probieren muss? Ob die vielleicht bei mir in die Whisky-Druhe kommen? Keine Angst, Whisky wird es immer geben. Auch da wird es immer mehr für geben. Allerdings, Liköre haben da schon einen festen Platz. Und, da es jetzt schon Donnerstagabend ist, werde ich jetzt gleich auch meinen festen Platz einnehmen, nämlich da drüben auf meiner Couch. Ihr habt ja gesehen, ich sitze hier in meinen privaten Räumigkeiten hinten dran. Ja, vielleicht noch so ein Likörchen, äh, ähm, ignorierend einen Whisky nehmen. Wir werden sehen. Bleiben wir gespannt, bleiben wir wohlgelaunt. Lassen wir uns nicht zu sehr von den aktuellen Geschehnissen in Beschlag nehmen. Bleiben wir positiv in diesem Sinne. Ich wünsche es was. Tschüss. Tschüss. Musik